Im Januar 1889 zieht das Ehepaar Burry von London nach Schottland um. William Henry Burry, der Ehemann, fällt in seinem neuen Wohnort Landy sofort durch sein Temperament und durch seinen Lebensstil auf. Es dauert nicht lange, bis ein furchtbarer Vorfall geschieht. Bitte lasst ein Like da und denkt daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. William Henry Burry wird im Jahr 1859 in der kleinen Stadt Stourbridge in Worcestershire in Großbritannien geboren. Er ist das jüngste von vier Kindern und er ist noch nicht mal ein Jahr alt, als sein Vater, ein Fischhändler, bei einem Unfall verstirbt, als er zwischen die Räder seines Pferdefuhrwerkes fällt. Auch seine sieben Jahre alte Schwester ist kurz zuvor an einer Krankheit verstorben. Wenig später kommt seine Mutter in eine psychiatrische Anstalt, wo sie im Alter von 33 Jahren verstirbt, als William vier ist. Er und seine verbleibenden Geschwister wachsen bei einem Onkel in der Kleinstadt Dudley auf. Als er zehn Jahre alt ist, gerät er in eine ernsthafte Auseinandersetzung mit einem gleichaltrigen Jungen, Edward Goch. Im Gegensatz zu William wächst Edward in wohlhabenden Verhältnissen auf. Als sie sich streiten, zieht William sein Klappmesser und sticht einmal damit zu. Dann stiehlt er Edwards Geld. Die Verletzung ist nicht lebensgefährlich und der zehn Jahre alte William kommt straffrei davon. Ab dem Alter von zwölf Jahren besucht William ein Internat in Stowerbridge und mit 16 hat er seinen ersten Job in einem Warenhandel in Wurferhampton. Anschließend arbeitet er dort noch für einen Schlosshersteller, doch er muss den Job verlassen, vermutlich da er dort gestohlen hat, und er hält sich anschließend wahrscheinlich mehrere Jahre lang im Raum Yorkshire auf, wo er sich als Straßenhändler durchschlägt. Zumindestens zeitweise arbeitet er auch als Pferdemitzger. Seine beiden anderen Geschwister, mit denen er bei seinem Onkel aufgewachsen ist, sind inzwischen ebenfalls verstorben. Als William 28 ist, im Herbst 1887, geht er nach London, wo er für einen Mann namens James Martin arbeitet. James lässt William in seinem Stall leben und er verkauft Sägemehl für ihn. Darüber hinaus führt James noch weitere Geschäfte. Mehrere Frauen arbeiten in einem Haus, das er im Rotlichtmilieu betreibt. Nach einiger Zeit darf William schließlich vom Stall in James' Haus umziehen. Der 28-Jährige beginnt ein Verhältnis mit der 32-jährigen Ellen Elliott, einer der Frauen, die für James tätig ist. Ellen stammt aus London und ist dort als Tochter eines Pappbesitzers aufgewachsen. Während sie als Näherin für eine Fabrik tätig war, hatte sie eine uneheliche Tochter bekommen, die zwei Jahre zuvor im Alter von zwei Jahren verstorben ist. Anschließend hatte sie angefangen, für James Martin zu arbeiten. Nach wenigen Monaten, im März 1888, verlassen William und Ellen James' Anstellung und nehmen sich ein Zimmer in der Swarton Road. Ellen hatte kurz zuvor eine kleine Summe Geld geerbt und im April 1888 heiratet sie William. Ihre neue Vermieterin, Elisabeth Haynes, lässt die ganze Umgebung wissen, dass William stark trinkt und dann gewalttätig gegenüber seiner Frau ist. Einmal erwischt sie ihn, wie er bei einem Streit mit einem Messer in der Hand auf Ellen kniet, die um Hilfe ruft. Elisabeth hat genug gesehen und wirft das Paar nach nur einem Monat hinaus. Doch William hat Glück. Sein ehemaliger Arbeitgeber, James Martin, ist bereit, sie beide wieder einzustellen. Er zieht mit seiner Frau wieder bei ihm ein und auch James Martin und seiner Frau fällt es häufig auf, dass Ellen blaue Flecken und weitere Verletzungen vor allem im Gesicht hat. William besucht oft die Pubs in der Stadt und bleibt dann oft mehrere Tage am Stück weg. Wenn er zurückkehrt, ist er meist in fürchterlicher Laune und wirkt völlig übernächtigt. Seine Launen lässt er dann an Ellen aus. Einmal sagt sie zu den Martins, dass William mit einem Klappmesser unter seinem Kopfkissen schläft und dass sie befürchtet, dass er sie umbringen könne. Es dauert nicht lange, bis William dann auch bei James wieder herausfliegt, da er seit langem seine Schulden, die er bei ihm hat, nicht zurückzahlen kann. Er zieht mit Ellen im Dezember 1888 in die Spanby Road Nummer 3 zu dem Maurer William Smith. Nun gibt er das Erbe seiner Frau aus, um sich davon ein Pferdefuhrwerk zu kaufen. Anschließend macht er sich als Händler von Sägemehl selbstständig. Dies verkauft er an Gasthäuser und Pubs, doch er verkauft nicht allzu viel, was vor allem daran liegt, dass er, wenn er einen Kunden aufsucht, um etwas zu verkaufen, meist in dessen Pub verbleibt und den restlichen Tag lang trinkt. Er ist weiterhin auch öfter über Nacht weg, ohne dass Ellen weiß, was er in dieser Zeit macht. Die langen Nächte sind unheimlich, denn London wird in diesen Wochen immer wieder von brutalen Morden erschüttert, die ganz in der Nähe, im nur etwa zwei Meilen entfernten Whitechapel stattfinden. Um den Täter gibt es viele Gerüchte und er hatte sich in einem Bekennerschreiben an die Presse als Jack the Whipper bezeichnet, wobei es umstritten ist, ob dieses Schreiben tatsächlich von dem Täter stammt. William Bowie und sein neuer Vermieter William Smith verstehen sich anscheinend nicht besonders gut, denn im Januar 1889 veranlasst William Bowie bereits wieder ihren Auszug. Er erzählt William Smith, dass er mit Ellen nach Australien auswandern würde und bittet ihn, ihm eine große Holzkiste für die Reise anzufertigen. Als Smith ihn fragt, von welchem Kai aus das Schiff ablegt, antwortet William ihm, Zitat, »Das würdest du gerne wissen, genau wie so viele andere Dinge.« Smith ist bereits aufgefallen, dass William sich in letzter Zeit noch merkwürdiger als zuvor verhält und nun wundert er sich, warum er für seine Reise eine so große Holzkiste benötigt, denn außer ihrer Kleidung besitzen er und Ellen kaum etwas. Am 19. Januar verlassen William und Ellen London. William hat allerdings keineswegs vor, nach Australien zu gehen. Stattdessen geht er mit Ellen auf ein Schiff nach Schottland. Ellen hatte die Pläne ihres Mannes eigentlich abgelehnt, doch er hatte sie angelogen und behauptet, dass sie dort wieder als Näherin in einer Fabrik arbeiten könne. Er selbst hätte eine Anstellung in der gleichen Fabrik. Auf dem Schiff nach Schottland fällt auf, wie besorgt William um sein Gepäckstück, also um die große Holzkiste ist. In Dundee in Schottland finden er und Ellen ein Zimmer bei der älteren Mrs. Robinson, die sie allerdings bereits nach einer Woche bittet, sich etwas anderes zu suchen. Mrs. Robinson hat Angst vor William, denn er hat sie mehrfach fast zu Tode erschreckt, als er plötzlich hinter ihr stand, ohne dass sie ihn kommen gehört hat. Die nächste Wohnung, die sie beziehen, in der Princess Street 113, ist heruntergekommen und kalt. Die Stimmung zwischen Ellen und William, die auf der Überfahrt auf dem Schiff von den anderen Reisenden noch als gut beschrieben wurde, ist inzwischen ins Gegenteil umgeschlagen. Ellen hat schnell herausgefunden, dass es keinen Job in einer Fabrik gibt und sie weiß nicht, warum ihr Mann überhaupt nach Schottland wollte. Von ihrem Erbe ist nichts mehr übrig. William hat es komplett ausgegeben. Die Überfahrt nach Schottland hatte er mit dem Verkauf des Pferdefuhrwerkes bezahlt, das er zuvor ebenfalls von ihrem Erbe gekauft hatte. Nachdem sie am 26. Februar in der Princess Street einziehen, wird Ellen von kaum jemandem gesehen. Sie verlässt die Wohnung lediglich später am Abend, um Wasser aus dem Brunnen zu holen. Ein- oder zweimal begleitet sie ihren Mann in einen Pub und beide kehren völlig betrunken nach Hause zurück. Am 4. Februar, nur eine Woche nach ihrem Einzug in die Wohnung, erscheint William in einem Haushaltswarenladen und fragt nach einem Seil. Anschließend geht er zum örtlichen Gericht und sieht sich dort einige der Verhandlungen an. Auch am 7. wohnt er wieder mehreren Gerichtsverhandlungen bei ihm und scheint sehr interessiert daran zu sein. Er macht sich sogar einige Notizen. Zwischendurch hat er zu Hause Besuch von einigen neuen Bekannten, die bei ihm trinken und Karten spielen. William und Ellen, die quasi mittellos sind, haben so gut wie keine Möbel in ihrer neuen heruntergekommenen Wohnung. Aus diesem Grund nutzen die Männer die große Holzkiste, die William auf seiner Reise dabei hatte, als Tisch. Am 10. Februar liest er gemeinsam mit einem Bekannten eine Zeitung, unter anderem einen Artikel über eine Frau, die in ihrer Wohnung hängend aufgefunden wurde. Als sein Bekannter ihn fragt, ob irgendwelche Neuigkeiten über Jack the Whipper in der Zeitung stehen, soll William die Zeitung vor Schreck weggeworfen haben. Noch am gleichen Abend, dem 10. Februar, erscheint William auf der örtlichen Polizeistation. Dort verkündet er, dass er Jack the Whipper sei und dass er sich nun freiwillig stellen würde. Der anwesende Polizist nimmt ihn zunächst nicht ernst und nimmt an, dass der Mann einfach betrunken ist. Doch dann gibt William ihm und einem weiteren Polizisten den Schlüssel zu seiner Wohnung und teilt ihnen mit, dass sie dort die zerteilte Leiche einer Frau in einer Kiste vorfinden würden. Als die Polizei wenig später in seiner Wohnung eintrifft, stellt sie fest, dass er die Wahrheit gesagt hat. Die Leiche seiner Frau Ellen befindet sich, auf groteske Weise verstümmelt und mit neun Stichverletzungen in der Kiste. Ihre Gliedmaßen sind abgetrennt und zum Teil verdreht und ihre Eingeweide wurden herausgerissen. Offenbar ist sie stranguliert worden, bevor sie verstümmelt wurde und sie ist bereits seit mehreren Tagen tot. Hinter einer Tür im Mietshaus findet die Polizei den mit Kreide geschriebenen Spruch, Zitat Jack the Whipper ist hinter dieser Tür. Ein weiterer Spruch befindet sich an der Kellertreppe, wo steht, Zitat Jack the Whipper ist in diesem Keller. Die Polizei ist allerdings der Meinung, dass beide der Sätze bereits geschrieben worden sein müssten, bevor William in das Haus eingezogen ist. Dennoch haben sie bereits Kollegen von Scotland Yard angefordert, die nun auf dem Weg sind, um William wegen der Möglichkeit, dass er Jack the Whipper ist, zu verhören. Marjorie Smith, die einen Laden direkt über der Wohnung der Burys betreibt, berichtet der Polizei, dass William sie einige Tage zuvor gefragt hatte, ob sie ihm einen Häcksler borgen könne. Sie behauptet, dass sie ihn daraufhin gefragt hätte, ob er Jack the Whipper sei. William soll geantwortet haben, dass er über Jack nicht besonders viel wüsste. Marjorie hatte ihn darauf angesprochen, da sie ja wusste, dass William und Ellen kurz zuvor aus London angereist sind und dass sie dort ganz in der Nähe von Whitechapel gewohnt haben, wo die gruselige Tatserie stattfindet. Die Polizei stellt fest, dass William die blutige Kleidung seiner Frau im Kamin verbrannt hat. Außerdem stellt sie sein Klappmesser sicher, an dem sich noch Gewebereste befinden. Auch vor ihrem Gespräch über den Häcksler hatte Marjorie die Whitechapel-Morde bereits gegenüber den Burys angesprochen und hatte sie gefragt, was denn die Leute in Whitechapel den ganzen Tag lang machen würden, dass Jack the Whipper dort so viele Frauen umbringen könne. Während William darauf geschwiegen hätte, soll Ellen gesagt haben, dass Jack nun ruhig sei. Auch mit anderen Nachbarn hatte sie über das Thema gesprochen und gesagt, dass Jack gerade eine Pause einlegen würde. Könnte sie vielleicht mehr über die nächtlichen Aktivitäten ihres Mannes gewusst haben, als sie vorgegeben hatte? Inzwischen hat William erneut ausgesagt und seine Angaben verändert. Er behauptet, dass er nicht für den Tod seiner Frau verantwortlich ist. Er hätte sie nach einer langen Nacht, in der sie beide heftig getrunken hätten, am nächsten Morgen tot in ihrer Wohnung aufgefunden und anschließend ihre Leiche zerteilt. Er beschreibt die gleiche Todesart wie die der Frau, von der er noch am Tag seiner Meldung bei der Polizei in der Zeitung gelesen hatte. Nun sagt er, dass er befürchtet hätte, nach dem Tod seiner Frau für Jack the Whipper gehalten zu werden. Aus diesem Grund hätte er sich entschieden, ihre Leiche zu zerteilen und sie zu verstecken. Da seine Frau Ellen ja nichts mehr zu Williams' Aktivitäten in London sagen kann, muss Scotland Yard sich auf die Angaben von Bekannten und Nachbarn verlassen. Der Ermittler Frederick Eberlein findet unter anderem durch Befragungen des ehemaligen Arbeitgebers James Martin sowie von weiteren Vermietern der beiden heraus, dass William in den Nächten, in denen Annie Chapman und Mary Kelly ermordet wurden, das waren der 8. September und der 9. November 1888, definitiv nicht mit Ellen in seiner Wohnung gewesen ist, sondern dass diese Nächte zu den Nächten gehörten, in denen er sich irgendwo in London herumgetrieben hat und übernächtigt nach Hause zurückgekehrt ist. Laut seinen Bekannten sei er in den Tagen danach in einer Stimmung wie ein Wahnsinniger gewesen. William hatte seiner Frau außerdem vermutlich nach ihrem Tod ihre Ringe abgenommen, genauso wie Jack die Ringe eines seiner Opfer mitgenommen hat. Die Polizei ist geteilter Meinung. Während einige Polizisten denken, dass William tatsächlich Jack sein könnte, halten ihn andere einfach für einen Verrückten. Äußerlich passt William Burry, der nun knapp 1,60 Meter groß ist, zu einigen Augenzeugen berichten, die den mutmaßlichen Rippertäter gesehen haben wollen. Doch über seine Aufenthaltsorte bei den anderen Taten ist nichts Genaues bekannt. Er ist im August 1888 gemeinsam mit Ellen und einem Freund in Woofer-Hemden gewesen. Am 31. August wurde Mary Ann Nichols von Jack ermordet. Am 7. August ist Martha Tabrim einen Mord zum Opfer gefallen. Ob Martha ein Opfer von Jack ist, ist allerdings unklar. Doch das genaue Datum von Williams Aufenthalt in Woofer-Hemden ist leider ebenfalls unklar. Sollte er über den 31. August dort gewesen sein, könnte man ihn im Prinzip als möglichen Jack-Verdächtigen ausschließen. Die Art und Weise, wie er Ellens Leiche verstümmelt hat, soll allerdings den Opfern von Jack the Whipper sehr ähnlich gewesen sein. Doch macht es Sinn, dass ein so abgebrühter Täter wie Jack the Whipper, der seine Opfer zum Teil mitten auf der Straße zurückgelassen hat, nach dem Mord an seiner eigenen Frau in Panik gerät und selbst zur Polizei geht? Auch die konkrete Todesursache von Ellen bleibt uneindeutig. Während bei der ersten Untersuchung unter anderem von Dr. Littlejohn festgehalten wurde, dass Ellen von hinten angegriffen und stranguliert worden sei, hält ein anderer Arzt bei einer zweiten Autopsie fest, dass sie ihr Ableben selbst herbeigeführt hätte. Davon allerdings möchte die Polizei nichts wissen, denn dies würde ja bedeuten, dass William sie tatsächlich nicht ermordet hätte. Sie veranlasst kurzerhand eine dritte Autopsie und das Ergebnis lautet Mord. Der Arzt ist jedoch nicht in der Lage zu sagen, ob Ellen die Stich- und Schnittverletzungen vor oder nach ihrem Tod zugefügt wurden. Bei der ersten Autopsie durch Dr. Littlejohn wurde festgehalten, dass die Schnittverletzungen innerhalb von zehn Minuten vor oder nach dem Eintritt des Todes gemacht worden sein müssen. Auch die Jury kann bei Williams Prozess zunächst keine eindeutige Entscheidung treffen. Sie bittet um Gnade für William, also darum, ihm die Höchststrafe zu ersparen, da die medizinischen Ergebnisse so widersprüchlich sind. Dafür hat der Richter allerdings wenig Verständnis. Er nimmt starken Einfluss auf die Jury, die sich erneut berät und William für schuldig befindet. Er wird zum Tod verurteilt. Vor der Vollstreckung im April 1889, nur einen Monat nach seinem Prozess, gibt William keine weitere Auskunft mehr dazu, ob er nun tatsächlich etwas mit den Morden in Whitechapel zu tun hatte oder nicht. Als der Vollstrecker James Burry im letzten Moment noch versucht, etwas aus ihm herauszubekommen, sagt William, dass die Welt nun, da sein Urteil vollstreckt würde, nichts weiteres über ihn erfahren würde. Insofern behält William Burry recht damit, dass aufgrund der frühen Vollstreckung seines Urteiles und dem damit einhergehenden Tod des Verdächtigen keine weiteren Details zu seiner möglichen Tatbeteiligung ans Licht kommen, was übrigens in sehr vielen Fällen von Jack the Ripper-Verdächtigen geschehen ist. Ob William nun tatsächlich Jack the Ripper war, bleibt leider ungewiss. James Burry, der Vollstrecker, schreibt in seinen Memoiren, dass er überzeugt davon sei, dass Jack und William Burry ein und dieselbe Person gewesen seien. Doch war William überhaupt ein Mörder? Sein Fall wird tatsächlich im Jahr 2018 neu verhandelt und die damaligen Beweise werden neu analysiert. Klarheit über den Tod von Ellen gibt es immer noch nicht. Doch aufgrund der Unklarheiten der damaligen Untersuchung, der vielen Widersprüche und dadurch, dass Williams Geschichte, dass er seine Frau bereits tot aufgefunden hatte, auch stimmen könnte, hatte die Jury im Jahr 2018 genug Zweifel, um ihn 129 Jahre nach seinem ursprünglichen Urteil freizusprechen. Dies bedeutet, wie gesagt, nicht, dass er den Mord an Ellen nicht begangen hat, sondern es bedeutet lediglich, dass im Zweifel für den Angeklagten entschieden wird. Auch die damalige Jury hatte ja bereits Zweifel, die jedoch vom Richter nicht akzeptiert wurden. Wäre William Burry nicht verurteilt worden, hätte er der Polizei vielleicht tatsächlich noch einiges über die Whitechapel-Morde erzählen können. Was denkt ihr, war William für den Tod seiner Ehefrau verantwortlich und könnte er vielleicht tatsächlich etwas mit den Morden in London zu tun haben? Lasst mir wie immer gerne eure Meinung unten in den Kommentaren. Denkt auch daran, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat, dann kann es von mehr Leuten gesehen werden und aktiviert die Glocke, dann werden euch meine neuen Videos meist vorgeschlagen. Falls ihr Lust auf einen Extrakriminalfall im Monat habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Natürlich findet ihr auch auf meinem Kanal jede Menge alte und neue Kriminalfälle. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020